Mehr als 80 Prozent der Erwachsenen haben mehr oder weniger starke Entzündungen des Zahnfleischs. Daraus kann sich eine folgenschwere Parodontitis, also eine Entzündung des Zahnbettes, entwickeln. Oft merken die Betroffenen gar nichts davon. Wenn eine Parodontitis nicht rechtzeitig entdeckt und behandelt wird, kann sie langfristig zur Zahnlockerung und zum Verlust von Zähnen führen. Das erfordert dann teuren Zahnersatz oder Implantate. Eine Parodontitis kann aber auch das Risiko für Herzinfarkt und Hirnschlag um bis zum Vierfachen erhöhen und andere schwerwiegende Krankheiten hervorrufen. Wie entsteht eine Parodontitis und wodurch wird sie verursacht? Woran kann ich erkennen, ob ich davon betroffen bin? Wie wird die Zahnbetterkrankung behandelt? Wie kann ich einer Parodontitis vorbeugen? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere wertvolle Informationen und Videos finden Sie auf unserer Website. Dort können Sie sich auch einen kostenlosen Ratgeber für Patienten herunterladen. Wenn Ihr Zahnfleisch geschwollen ist und häufig blutet, wenn Sie am starkem Mundgeruch leiden, wenn einzelne Zähne länger oder sogar locker geworden sind, sollten Sie sich jetzt informieren, wie Sie Ihr Zahnfleisch gesund und Ihre eigenen Zähne erhalten können. Laden Sie sich jetzt unseren kostenlosen Parodontitis-Ratgeber für Patienten herunter oder lassen Sie sich persönlich beraten. Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne.